wie viel kostet denn das? 9 5 und was kostet jetzt hier? A5 Machen wir hier mal Protection Protection 2 und hier machen wir mal Protection 2 Gibt es hier auch ein Breaking? Geht nicht Also auf jeden Fall, die hält ja noch ein wenig aber die Cracket Night, die hält ja da gibt es ein Tief, ich habe zwei Tief-Foods, jawohl, alter habe ich noch irgendeine Cracket Night Boots hmmm das ist ein Diamond Boots nein also setze ich denn hier erstmal auf, jawohl sauber und ach das tue ich jetzt einfach hier rein also hier hätten wir nochmal einen ich glaube ich sollte mal die ganze Scheiße was da drin ist mal rausschmeißen nachschmeißen na ja, ist egal ähm die Red Bull, die tue ich jetzt einfach mal hier rüber und die zwei Sachen, die die das tue ich mal hier rein ach da habe ich auch noch graue Wolle äh hier und dann wollten und dann wollte ich auch eine von denen hier bauen denn ich habe jetzt inzwischenzeit auch mal ein bisschen so auf dem Server gespielt und alles ähm und da wollte ich mir äh das hier bauen so zwei Eisendor und eine Ender Perle ok äh brauche ich 1,2,3,4,5,6 12 so Dillchen hier hin so ich habe durch Facebook noch offen gut A A Facebook aus so M wo ständig in die hin ich glaube die ständig hier hin so würde ich sagen bum 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 so jawoll so siehts aus ups guck guck hier das guck dir einfach mal was dahinter ist weil sie wirklich rausgefunden habe ich das nur nicht oh Gott eigentlich will ich da gar nicht rein was hab ich da eigentlich drauf hab ich da ne da hab ich kein Ziel das ja komm gut was sind das jetzt hallo ha 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 oh Gott g Rewindy m n n n n n n n n n machen draußen nichts aber hier geht es nicht weiter ich glaube ich gehe einfach mal zurück aber okay dann bin ich auch wieder hier ah ok da kann man nicht so dimension wahrscheinlich verbinden wenn ich jetzt wahrscheinlich in der anderen dimension nochmal die tür hinstellen werde ich hier irgendwo anders raus kommen wenn ich mal versuchen m ja komm ich baue jetzt einfach noch mal so eine Tür und die setze ich dann einfach mal in der Dimension dahin und dann mal gucken wo man mehr rauskommen so okay hier ist die Tür was passiert bin ich jetzt keine Ahnung hier war so kompliziert hier die anderen Pro wo wo komme ich denn Worte wenn die Ertmung wenn dies ruhig sich da rein heilig sagt ruhig ist gar nicht er kommt dann bin ich eine nächste Dimension okay habe ich ja nicht gewusst vielleicht wenn ich jetzt hier gehen dann hier dann gut klappt doch alles wunderbar okay also jetzt die ein bisschen XP-Farm mich stellt gerade eh dunkel jetzt weiß ich nicht ob ich den Nethos soll ich gucke einfach mal kurz auf meine Map was sind jetzt ich will auf meine Map gucken ah jetzt habe ich noch einen Punkt gesetzt bei dem Schiff das hatten wir ja alles und da ist eine Schlucht das sind ganz viele Schluchten das ist ein Turm war ich bei dem Turm schon oh Gott weiß ich gar nicht oh Gott war ich da schon sieht nicht so aus oder okay wir machen jetzt wieder ein paar ein paar eine Runde oder eine Rundreise hier farmen uns ein bisschen XP würde ich sagen ich nehme hier noch eine einen zweiten Electric Stuff mit und meine ganzen Backpacks sind alle leer 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 aber wunderbar nehme ich halt noch den den und keine Ahnung den mit aber das müsste reichen ich brauche ein Boot was ist denn jetzt los ja wir hören dich so Boot ach ja stimmt Holz haben wir auch gefarmt ich erinnere mich ähm Boot hier haben wir noch eins ein Boot ja kommt es reicht und wir müssen in ü diese Richtung hier oh nein Tintenfische Achtung Boa Handy ohne Witz wenn du jetzt nicht sofort ruhig bestanden gibt es Schläge Oh, nee. Die Boote ging doch sonst nicht kaputt. Hey, die Blätter finde ich cool. Muss man echt sagen, die sind geil. Die sind mega geil, ey. Ohne Witz. Oh ja. Boot. Noch ein Boot. Los geht's. Das heißt, wir müssen den Seerosenau ausweichen. What the fuck? Fuck! Fuck!